Heute im Test den Displex Touchscreen Sealer vom Onlineshop www.displex.de Mit in der Verpackung dabei ist zum einen dieses große Reinigungstuch, um das Display zum Anfang zu säubern und vor beispielsweise Fingerabdrücken zu reinigen. Als nächstes im Lieferumfang dabei ist nach klar der Displex Touchscreen Sealer selbst. Was der genau kann und was für einen Sinn der hat, das zeige ich euch gleich. Außerdem noch im Lieferumfang dabei ist dieses kleine Mikrofasertuch. Und nun zum Touchscreen Sealer selbst. Dieser soll nicht nur einfach das Display reinigen, nein, er schützt und versiegelt es zusätzlich. Im Inneren dieser kleinen Tube befindet sich die einzigartige Formel von Displex. Diese schützt und versiegelt das Display gleichzeitig. Zusätzlich garantiert sie ein leichtes und flüssiges Scrawling-Gefühl an den Fingern. Hat man sein Touchscreen-Display nun mal wieder so richtig eingesaut, dann ist es genau die richtige Zeit für den Displex Touchscreen Sealer. Als allererstes entfernt man leichte Verunreinigungen, wie beispielsweise Fingerabdrücke von dem Display. Das geschieht mit dem mitgelieferten Baumwolltuch. Als nächstes wird etwas von dem Displex Touchscreen Sealer auf das Display aufgetragen und wieder mit dem Baumwolltuch verriet. Nach etwa 2-3 Minuten hat sich auf dem Display eine weiße Schicht abgesetzt. Diese wird ganz einfach mit dem beiliegenden Mikrofasertuch auspoliert. Nach der Politur hat man nicht nur ein super sauberes, glänzendes Display, sondern auch den Schutz von Displex. Das heißt also, das Touchscreen ist nun versiegelt und wird geschützt vor Fingerabdrücken, Staubablagerungen und sogar Mikrokratzer. Zusätzlich ist, wie am Anfang gesagt, das Squall-Verhalten des Displays deutlich erhöht worden. Der Displex Touchscreen Sealer vom Onlineshop Displex.de In meinen Augen eine wirklich coole Sache. Er reinigte das Display im Test nicht nur gut und zuverlässig, sondern konnte es zusätzlich noch versiegeln. In meinem Test hielt das Ganze sogar über mehrere Tage. Und auch preislich kann ich nicht meckern. Ein Reinigungsset mit Reinigungspaste, Mikrofasertuch und Baumwolltuch kostet gerade mal 4,79 Euro. Also, wer ein schönes Touchscreen-Reinigungsset sucht, der ist mit dem Displex Touchscreen Sealer super beraten. Übrigens, das Ganze funktioniert auch auf Schutzfolien.